Aber eins, Herr Ehring, können nicht mal Sie geil finden, dass der olle Pofalla nahtlos, ohne Anstand und Moral nahtlos in den Vorstand der Deutschen Bahn wechseln darf. Hallo, das ist Kapitalismus, Baby. So läuft das nun mal. Und die geilsten Typen sind immer die, die sich einen Dreck scheren um das, was sie früher mal gesagt haben. Hier, Pofalla 2005, beim Wechsel von Gerd Schröder zu Gazprom. Es gehört zum Anstand, erstens einen gewissen Zeitraum zwischen der politischen Tätigkeit und der Aufnahme der beruflichen Tätigkeit walten zu lassen. Und erst recht dann, wenn man in diesem Zusammenhang vorher politisch tätig gewesen ist. Der Anstand! Der hat Anstand gesagt! Anstand! Mann, 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 das ist ja wohl das geilste Statement ever. Ich muss wirklich sagen, ich liebe diesen Mann. Oberaffen-Titten geil!